natürlich und B waren da auch noch in der zweiten Rotation um die Körperbreitenachse die Beine ziemlich weit auseinander, das tut man um die Rotation zu beschließen, aber das wird auch nicht so die hohe Wertung geben. Carlotta Giovannini am Stufenbrenner. Auch hier die Verbindung bückt die ganze Katschew, Dritsche, Pax Salto, zwischen den Heulen auch in D-Element, naja, Stalter aufbücken, war vielleicht nicht so gewollt, hier ein Problem in den Endlagen, ein bisschen überspannt, ins Hohlkreuz geturnt, ging es halt über schön. Und auch hier Sturz, 0,80, die Matte verlassen, also da hat ja am Ende die Kraft etwas gefehlt, um den Abgang auch zu Ende tun zu können. Das könnte, das könnte jetzt schon gleich bedeutend gewesen sein mit dem Verlust der Bronzemedalle, der angestrebten Bronzemedalle für die italienische Mannschaft, liebe Zuschauer. Die Französinnen natürlich jetzt mit dem Heimvorteil im Rücken, mit der tollen Stimmung im Hintergrund auf einem sehr, sehr guten Weg und die Italienerinnen mit solchen Patzern wie der von Giovannini und schon mit einem erheblichen Rückstand versehen, haben es natürlich jetzt sehr, sehr schwer. Er hat gesehen, bei den Fliegern, Asim will da das Sicher machen, sehr nah herangeturnt, das Flugelement, um ja nicht vom Gerät zu fallen.